In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man im Windeseile ein Streiflicht hinzugeben kann. Dieses Bild wurde mal von Calvin und mir erstellt, der Hintergrund hat der Uli Steiger mal gemacht für uns und das ganze ist eine Montage. Das heißt sie wurde schon mal freigestellt und den Freisteller habe ich mir mal gespeichert und der wird mir später zum Nutzen sein. Ich blende mal hier die ganzen Ordner aus, damit ihr mal seht, wie das Bild aus der Kamera kam. Das war die Dame, dann kam irgendwann mal der Hintergrund mit diesen Lichtstrahlen von hinten und dann auch die Dame. Aber gerade dieser Schritt hier, dieser Ordner, der ist gerade ganz entscheidend. Wenn ich den mal aufmache und gehe mal ein kleines bisschen weiter runter, habe ich hier einen Ordner, der heißt Lichtperson. Ich deaktiviere den mal und ihr seht, die Stimmung ist komplett anders. Es ist völlig anders wie vorher. Die Person sieht jetzt regelrecht rein montiert aus. Gut, wir haben zwar die Spiegelung, aber dieses intensive Licht von hinten und sie im Vordergrund, es passt einfach nicht. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, ein Streiflicht hereinzubringen. Ich aktiviere es gerade mal. Wie ich in Windeseile ein Streiflicht gemacht habe, das zeige ich euch gleich mal. Ich blende das hier gerade mal aus und ja, wir gehen mal ganz nach oben. Ich habe euch gesagt, sie wurde bereits schon freigestellt und die Auswahl habe ich mir gespeichert. Die lade ich mir gerade mal und zwar hier die Person. Da habe ich jetzt die Auswahl von meiner Person. Gut, ich erstelle mir jetzt hier eine neue Ebene und sage hier neue Füllebene Farbfläche und das ist jetzt mein Streiflicht Kontur. Ich sage OK. Ich habe jetzt aktuell die Farbe Weiß, das passt und ich werde jetzt einfach mal hier diese Maske umkehren. Dann habe ich hier dieses Ergebnis. Ich dupliziere mal diese Ebene und sage hier Streiflichtweich. Streiflichtweich müsste, glaube ich, hier eins weiter drunter. Diese zwei Ebenen packe ich an, schiebe die in eine Gruppe und benenne diese Gruppe Streiflicht. So. Ja, jetzt werde ich mir noch mal die Auswahl laden. Hier Person. Sag OK und werde mir auf diesen Ordner, auf diese Gruppe noch mal eine Maske erstellen. Jetzt ist sie zwar jetzt nicht mehr sichtbar, dass alles was drunter ist, aber wir werden uns das jetzt gleich ganz dezent zurückholen. Ich zoome mal ein kleines bisschen herein. Ich gehe mal jetzt mal auf diese harten Konturen ein, von denen ich erzählt habe. Ne, wir beginnen mit den weichen Konturen. Ich nehme jetzt hier mal die weiche Kontur. Ich habe hier eine Farbfläche und ich habe hier die Maske. Wenn ich jetzt hier auf die Maske gehe, habe ich hier die Möglichkeit, eine weiche Kante hinzuzufügen. Und wenn ich das jetzt hier ein bisschen nach rechts schiebe, dann seht ihr, dass der Übergang hier regelrecht weicher wird. Ich mache es mal vorer, nachher. Ich könnte jetzt hier die Filmmethode, weil sie auch schon weich heißt, auf die Filmmethode weiches Licht setzen. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Weiches Licht und der Übergang, der ist dezent da. Wem es gefällt, man könnte jetzt auch die Filmmethode normal lassen und regelrecht die Deckkraft reduzieren, ist auch eine Möglichkeit. Wir gehen mal raus und schauen uns das mal im Gesamten an. Ja, wir haben jetzt hier eine schöne, weiche Kontur und es verschmilzt mehr mit dem Hintergrund. Des Weiteren aktiviere ich mal hier die Streiflicht-Kontur, die Ebene und sage jetzt hier ebenfalls, die Maske möchte ich korrigieren. Ich mache hier auch eine weiche Kante. Setze aber diese Ebene auf die Filmmethode hartes Licht. So. Und geht es mal ein bisschen. So. Und jetzt bekomme ich hier eine schöne, harte Kante. Das hat den Vorteil, ich habe an der Person eine schöne, harte Kontur, ganz dezent, aber dennoch einen schönen, weichen Übergang hier. Ich mache mal die harte Kontur weg. Und ich habe jetzt hier einen weichen Übergang. Klar, es gibt jetzt Bereiche wie diesen hier, wie bei den Schuhen, wo es ausfrisst. Das sieht total bescheuert aus. Gar keine Frage. Aber wenn ich das hier mal schließe, ich zoome mal raus und jetzt hier einfach mit der Maske ein bisschen arbeite. Das heißt, ich nehme einen Pinsel, schwarze Farbe, nehme mal so eine Deckkraft von 25 Prozent und male mir das hier dezent weg, wo ich das nicht haben will. So, da kann das weg. Das sieht ein bisschen blöd aus. Hier, ja, das kann ich vielleicht zurückholen. Nee, kann ich nicht. Ein bisschen weg. Hier an der Waffe. Ich glaube, an den Haaren dürfte es auch noch ein bisschen stören. Dann könnte ich es wegnehmen. So, aber schauen wir mal unser Ergebnis an. Ich mache mal den kompletten Ordner Streiflicht. Es verschmilzt schon wesentlich mehr mit der Person. Und wir haben hier relativ schnell ein Streiflicht hinzugegeben. Ich könnte jetzt hier auch sagen, die weiche Kontur könnten wir noch weicher zeichnen. Dann geht es noch mehr rein. Ich gehe mal raus. Dann schauen wir es uns mal so an. Ist auch eine Möglichkeit. Ich könnte es jetzt hier im Gesicht, wenn es mir da zu viel ist, da auch wieder oben raus maskieren. Aber das hier sorgt dafür, dass das Bild noch mehr verschmilzt. Und mit diesem Effekt sieht das ganze Bild wesentlich interessanter und auch spektakulärer aus. Und mit diesem Effekt sieht das ganze Bild aus.